Hallo zusammen, hier ist wieder Heutcher Lounge, für euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement auf der verbotenen Insel. Und zwar habe ich das gerade abgeschlossen, das schimpft sich einmal verbotenes Raubgut. Dafür müssen wir folgendes machen. Öffnet 10 verbotene Schatze auf der verbotenen Insel nach dem Sturm. Nach dem Sturm ist immer, dass quasi jetzt dementsprechend das nicht mehr das Startgebiet der Draktür ist, sondern man jetzt halt einfach mit 10.07 hier neue Aktivitäten machen kann. Wie läuft das Achievement? Und zwar haben wir alle, ja ich würde sagen alle Stunde, 45 Minuten, irgendwie sowas um den Dreh, spawnt auf den verbotenen Inseln eine Kiste. Und diese Kiste können wir öffnen. Wir haben aber nur relativ wenig Zeit. Das sind einmal diese verbotenen Schätze. Und eben hatte ich hier mein letztes, was gespawnt ist. Die ist immer erst verschlossen, da sind dann manchmal ein paar Mobs dran. Und wenn man die getötet hat, kann man die Kiste aufmachen. Das Fiese an der Angelegenheit ist, man sieht es zwar auf der Map, das ist eine relativ große Kiste, die hier angezeigt wird, vorher noch mit so einer Kette verschlossen. Man hat aber echt wenig Zeit. Und man muss halt ständig die Map aufhalten, dass man auch sieht, wenn sie spawnt. Denn sobald sie gespawnt ist, rushen da quasi alle hin, killen die Mobs, machen die Kiste auf und ein paar Sekunden später kann man sich nicht mehr looten. Ich hatte jetzt die letzten Tage x-mal, dass ich die Kiste sehe, sofort alle stehen und liegen lasse, hinfliege. Die Kiste steht da noch, ich will draufdrücken, kein Loot und es war halt quasi zu spät. Also da muss man echt ein bisschen ein Auge draufhalten. Was ich empfehlen kann, da man ja auch keine Durchsage irgendwie hat, dass ihr die Map euch quasi klein anzeigen lässt. Und zwar können wir das mit Shift-M machen. Und dann sehen wir hier diese kleine Map. Und wenn dann die Kisten spawnen, dann seht ihr das hier auch, während ihr zum Beispiel irgendwie mit Mobs kämpft oder was anderes macht. Man hat ja nicht ständig die Map auf. Das hat jetzt mir tatsächlich geholfen und zusätzlich nebenbei im Stream waren auch ein paar Leute, die mich jetzt hier gerade eingeladen haben. Der Justin hat mich auch gerade mit eingeladen, als eine Kiste gespawnt ist. Und so habe ich jetzt auch die ein oder andere bekommen. Also da nochmal vielen Dank an der Stelle. Genau, mehr ist es nicht. Man muss halt tatsächlich ständig auf die Map gucken. Und hier mit der kleinen Map kann man sich das alles ein bisschen verleichtern. Es gibt übrigens nur andere Schätze, die nicht auf der Map angezeigt werden. Da gibt es ein anderes Achievement, wo man tatsächlich sogar bis zu 100 aufmachen muss. Bei denen ist es dann nicht so arg mit Zeitdruck. Aber da habe ich auch schon ein anderes Video zu gemacht. Da könnt ihr auch gerne reinschalten. Gut, ich hoffe, ich konnte die Fragen, die offen waren, alle beantworten zu dem Ding. Sollte das nicht der Fall sein, schreibt die gerne in den Kommentar. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dann. Ciao.